okay dann fange ich als erstes an gegen gegen nido gegen ihm ja alles klar wir können mit den namen durcheinander halten erste regel über den fight club es gibt keinen fight club zweite regel bremen gibt es auch nicht ja ja ich hab da spärle sympathisch hallo rechweiss ey komm so kacke war ich gar nicht warte kurz maxi mach kurz meine hände kurz weg ja okay let's go ich werde erstmal ignoriert von christian hab ich nicht gesagt ja ich glaub das nicht getroffen hat ja das kann er das hab ich voll vergessen dass er das kann jetzt das war das parry ah da kommen die heavy das ist so absolut unnötig scharf nee scharf zu wenig schaden zugefügt scharf zu wenig schaden hinzugefügt habe gerade vollen zitteranfall okay dann du Robin rein mit dir rein spärle gegen Robin let's go Robin sollte mal kurz darf sich mal kurz noch ein bisschen entspannen okay dann wechsel ich auf highlander um es besser zu kommunizieren hier ok sie fängt direkt an mit seinen dodges beide heavy armor schön raus geholt der parry oh der hat weh getan der schöne feind mit dem heavy der light feind wunderschöne seite der dodge hat leider gefehlt zwei leichte von kenze die zone und na doch kein wisch von doch der wisch von oben jetzt kam er nur verzögert der guard break gegen die wand mit ein umblock waren rein faszinierend wie schön er raus geholt hat und die rahmen haben ihren spaß Robin ich erwarte viel Kappa da siehste er wollte die Flecken Maxi schöner light kick nach vorne der push von vorne sidestep schön gedodged von Maxi der erste feind nice parry light von oben zwei rüber der dodge angetäuschte dodge der dodge von Maxi der versuchte parry dir ins Lerde ging der unblockbare der umwandelt wurde im guard break und aus dem guard break und aus dem guard break wurde sehr schön sehr stark mal gucken ob hier Wolf oder Schaf ist schön Maxi gegen Alpha aber er hätte durchziehen müssen schöner heavy schöner heavy schöner heavy schön fällt im damage der angetäuschte beide wackeln mit dem Stick hin und her der leichte ah hätte er durchziehen müssen dann wäre es gewesen Maxi hat hier alles sehr schön rasiert sehr starke Leistung das ist ein Wolf gewesen sehr gute Leistung sehr gute Leistung sehr gute Leistung von Team Blau Maxi hat orange gecarried Robby gegen Maxi ja der fängt gleich an der Sack schöner fang der dodge unausweichbar der guard break da war der parry versuch Ausdauer ist weg das ist die Möglichkeit für Maxi zu punishen sohn er macht keine Zone er macht nicht den maximalen Punish raus mit dem Ausweich am Griff holt den schön raus ne Zone und der Light maximalen Damage aus der Parade raus geholt als sehr starkes Gameplay Robby du darfst dich erholen ich habe also gar keinen bock gegen den Highlander ne ja oh sorry 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 naja jetzt sieht durch gut gespielt gut gespielt gut gespielt darf ich gegen Hito ja darfst du gerne Robby das ist ein bisschen unfair oder egal er möchte er möchte es Alpha sorry dass du jetzt so im Stich gelassen wirst und das war der Kampf beide full life ich wünsche euch viel Spaß Alpha ich zähl auf dich sorry 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 warte kurz naja jetzt ist es zu spät jetzt hat der Kampf begonnen sehr schön der Kick schön umgewandelt jawohl der Fains angetäuschter Angriff ah hab ich da mein Wasser alter gediegen schöner Dodge durchgezogen ah sehr stark von Hitokiri aufgeladener getäuscht aber er war leider in dem Fall ein bisschen stärker dran aufgeladen abgebrochen hätte ein Gunbreak sein können aber Berserk äh Highlander fällt nicht drauf rein und da war der Kill ok und der Gampf beginnt schöner D-Flag von Orochi sein deutscher Hitok macht selben er zieht ihn durch jawohl er zieht ihn stark durch gibt ihn ein Heavy noch mit der Parry von Orochi zwei Light von oben der getäuschte Heavy der Kick kommt hinterher angetäuter Push Push von Orochis Stargeleistung zwei Lights noch gedrückt und der Unblockbarer gibt ihn den Rest ok Kensee gegen Highlander für den Stream Dagger aber ja ich müde mich dann einfach für Discord kein Problem schöner Parry von Highlander Highlander zieht zweimal durch Light der leider geblockt wurde meint er eigentlich nach der Runde achso das hatte ich schon achso das hatte ich schon ja Light von der rechten Seite schön gefeindet zwei starke Heavys durchgezogen geil stark gekämpft und dann kämpfe ich gegen Maxi brauche ich Harzteil dann brauche ich kein Harzteil du kämpfst jetzt gegen Doktor Nalik keine Entscheidung zweiter mein Gedanke nein ganz oben ganz oben oi schön gepanischt jetzt kann ich nicht punishen da war mein okay da war mein ich hab guard bracket und ich schwör es ja natürlich und da war es das Maxi stark gekämpft ui ui heute wird schwierig ja Spari heute wird schwierig die 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 starke Leistung der durchgezogene da war der Highlander mit seinem Dodge deutlich besser der Guard Break von Highlander Highlander hat seinen Angriff verkackt das passiert mit dem Highlander weil man nach dem Guard Break nichts besonders machen kann wenn man es nicht allein hat keine Ausdauer von Maxi das kann der Punish von Highlander sein der Dodge schön das hat er und da war der Ausweicherangriff beide bitte in die Mitte ich hoffe Robby hat sich langsam mal beruhigt ich verstehe nicht warum du so nervös bist Robby alles chillig ja Dominic ich weiß Dominic ich weiß aber ich kann nichts dafür schöner Fan schöner Fan mit der Angriff Dodge Angriff wenn du so gegen mich kämpfen dann kannst du mich kurz guard breaken wenn du so gegen mich kämpfen willst mit dem AP der Kick von Oroshit ein Light von oben für den zweiten hat es ausdauer mäßig nicht mehr gereicht schöner Parry zwei Lights der Kick der Light hinterher ungefähr oh schönes Ding schönes Ding starke Leistung sehr stark gemacht Robby das war wirklich gutes Ding schöner Parry gleich der ist der ist heiß der ist heiß der hat Bock schöner Parry ein Light ah schade schade der Parry war eigentlich darin habe ich sogar gehört gehabt äh Robby ich würde dich bitten dass du bitte nochmal kämpfst gegen ihn ich bin noch bisschen beim kommentieren Paul ist auf ich habe eine Kippe reden und rauchen seine Lieblingsbeschäftigung und der Kampf beginnt äh aber blöd wenn zwei Hitos sind oder nö nö ich spiele eh gleich was anderes völlig egal du kannst spielen was du willst völlig egal schöner Deflect von Robin und dem mit'n schönen Deflect beendet böses Ende Robin eine saubere 7 von 10 war das gerade schön runter gespielt Kampf beginnt ich stehe schon da wie so ein Big Boss Alter diese Scheiß-Idle-Animation von ihr so gut naja ich bin halt irgendetwas schöner Dodge Zuldo 2 guten Abend wünsch ich dir auch Hallöchen ah ich muss mir am Newton Entschuldigung schöner Hit von Hitokiri Hitokiri Spam einfach durch hey komm töte mich gar kein Bock mehr Digga mach mach bitte weiter mach bitte weiter oder auch nicht Maxi gegen Highlander bei the full life Kampf beginnt durchgezogen aber trotz allem gute Reaktion gute Reaktion von Highlander der Light der hinterher kommt 2-3 Lights sehr schönes Ding sehr schönes Ding der Parry ein Light Heavy den durchziehen wollte gegen die Wand leider nicht voll und ganz gereicht der Schaden wäre brutal gewesen Auslauf ist weg das ist die Chance für Maxi zu punishen Sperli der Kenze ist sehr schön ist er ist er tatsächlich Zuldo 2 wie gesagt willkommen herzlich willkommen im Stream genießt die Show wir machen Private 2 vs. äh wir machen Private 1 vs. 1 Max Punish es könnte eine Exekution werden es wird eine Exekution wie er verkackt hat er hat sie trotzdem noch geschafft wunderschön 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 deswegen kannst du ja gerne spät wieder nach in der nächsten Runde gern was anderes spielen kein Problem schöner Fan schöner Fan beide Dodgen der eine Dodge ist leider unausweichbar der ist getargeted von kleinen Streamern bist du bei mir momentan top Perfekt so freut es mich natürlich schöner Garbrake von Kenze keine Ahnung wuh das ist der Max Punish ah sehr schön was auch immer da gestürft wird es schmeckt anscheinend schöner Fan von Kenze oh schöner Fan von Kenze geil genutzt seine Ausweichmöglichkeit gut gekämpft Kenze sehr gut gekämpft beide haben nicht full life ich würde als erstes gegen Kenze kämpfen wollen den Sperli ja hab ich geschenkt bekommen gab es nur 10 Beutel drin alter der ist so Baba ich mach mir gleich noch eine Tasse tatsächlich aber sorry also die Mischung aus Chai und Vanille ist einfach geil was aber auch geil ist halt so Maxi das ist auch geil flau mit Simms glaub ich besonders als T wenn man krank ist alter Boah schön Kenze schön gut gekämpft gut gekämpft ja ungefähr ja let's go ungefähr gleicher Kampf ja stark 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 da war ich zu weit mit der heavy armor gut gekämpft Maxi erstens mal wenigstens wolf machen können wirklich ja schön raus geholt ich bin besser komm doch her wenn du willst weißt du aber das macht sie halt auch irgendwie aus ne ja natürlich aber trotzdem sehr gut gekämpft sehr gut gekämpft Sperly der nächste bitte der Kampf beginnt warte kurz ich ärgere dich kurz Bitch jetzt hast mich gut geärgert du hast mich so gut geärgert dass ich jetzt so verwirrt war ah da ging der Headbutt nicht durch war ich am feiten nein doch war ich am feiten ja Hurensohn danke 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 ich glaub zwei Wände hat er überlebt aber hat noch kein Stickdrift ja schöner gut schön schön boah wie das erwischt konnte Maxi das musst du dir mal vorstellen 3 Jahre habe ich den Controller 2 Wände hat er überlebt sehr schön Sperly sehr schön dann und noch kein Stickdrift Requiescat in Patsch nimm mal diese Smartiesplatte hier ach ich krieg keine Ruhe oder was ja er wusste dass ich die folge als gerochen dies melde die ich warte draußen so ein bullshit ich denke ich wechsel von maus von control auf maus maxi du kannst es beenden wie du möchtest du musst nicht unbedingt jetzt diskutieren und das war's mit team orange der kampf beginnt der spieler genauso wie ich kann ich kann er spielen er spielt in asie orange starke leistung der kampf das ist ehrenlos ja bruder weil ich ich weiß nicht mit dem ich meine fresse das bogen bekommen oder was ja er hat mich mit dem bogen abgeworfen bevor das mensch begonnen 50 schaden ja komm macht viel spaß digga so ehrenlos könnt ihr auch schon nehmen und 30 bomben in den reinschmeißen der kampf beginnt hier aber es muss nicht abfangen es ist ein private game es ist scheißegal du hast nichts zu gewinnen ich mache kein turnier nix also bleibt doch einfach denkst du maxi findet es cool wenn ich ihn zu tun wenn er mir ein dings in die fresse wirft das ist wie wenn ich mit hito einfach mein viertes werfe während der auf dem boden liegt oder so kann man noch mitmachen oder nie selbstverständlich platz ist noch da boah böse wir haben noch eins zwei plätze zwei plätze hätten wir noch tatsächlich übrig die blau hat gewonnen finde ich schön sehr stark gespielt robin alpha ich bin stolz auf euch